Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder an einem Samstag, aber Meilenmittwoch an einem Samstag bringt uns auch Meilen Deals. Insofern freut euch auf ein Potpourri von frisch gepressten Themen, die wir haben. Und zwar gibt es IHG Flash Sale für Kurieraufenthalte. Wir haben dann einen Status Match, ist es ja eigentlich, von Marriott Bonvoy. Heißt also, ihr könnt von MGM zu Bonvoy gehen. Dann haben wir noch als Themen für euch vorbereitet ein neues Produkt von den Freunden von Qatar Airways. Die haben nämlich einen, ja wie soll man das nennen, so eine Art Event-Seite gebastelt. Das nennt sich dann Qatar Airways Privilege Club Events oder so ein Quatsch. Ich muss meinen Namen nochmal angucken, ich habe es mir gar nicht gemerkt. Kommt gleich, kommt gleich. Ich mache es spannend für euch, ich mache es spannend für euch. Dann One World eröffnet ja die Lounge in, oder eröffnet die Lounge in Seoul und es wird eine zweite Lounge geben und die ist wohl wahrscheinlich in Europa. Ja. Ich sage euch auch wo. Ach, ich sage euch jetzt wo. Amsterdam. Aber es gibt auch schon Fakten dazu, also das ist schon spannend. Dann haben wir 15-fache Marriott-Mor-Meilen, die ihr bekommen könnt bei 6 pro Euro Umsatz und sollst du Marriott-Punkte kaufen bei der aktuellen Promo. Da gibt es ja nicht viele Punkte, die du bekommen kannst mehr, aber ich sage mal so, 35% ist ja besser als nichts. Aber wir werden besprechen, ob ihr diese, da habe ich ja ein bisschen gewackelt, ob ihr diese Promotion mitnehmen sollt oder nicht. Und das ist auch eine Zuschauerfrage gewesen, mehr oder weniger. Deshalb habe ich mir das angeschaut. Jetzt wie immer kennt ihr das Thema. Ihr müsst nämlich den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like dalassen, damit wir Freunde bleiben und Freunde sind. Und Stammtisch haben wir auch. Und wenn ihr Business Class Mitglieder seid, könnt ihr kostenlos am Stammtisch teilnehmen. Schickt mir nur eine Nachricht und dann schicke ich euch eine Teilnahmebestätigung. Ihr wisst ja, 19. Frankfurt, 20. Aachen, 21. Tag. Girl, neue Termine kommen. Mehr Termine werden so immer Ende des Monats für den Folgemonat rausgegeben. Habe ich sonst noch ein Thema? Ja, Like dalassen. Und dann können wir auch jetzt direkt mit dem ersten Thema hier starten. Und zwar das erste Thema ist Qatar Airways Privilege Club. Und zwar hat der Qatar Airways Privilege Club eine Art Collection, nennen sie das, ins Leben gerufen. Ich gebe euch da auch mal direkt den Link auf dem Bildschirm. Und da seht ihr es Live Experience Privilege Club Collections. Und bei den Privilege Club Collections ist es so, dass man dort dann Events nehmen kann. Und meistens ist das Ganze ja wirklich hier mit Fußballstadien. Gibt aber auch ein bisschen Musik und Kultur. Man kann jetzt mal rein theoretisch gucken, was es bei Musik und Kultur gibt, bei den Kategorien. Dann gibt es nämlich in der O2 Arena das Event. Und da gehen wir mal drauf, damit ihr es einfach mal seht. Da könnt ihr Weltklasse Entertainment Featuring the Globes Leading Artist. Und da gibt es einen Members Only Bereich nur für Qatar Airways und The Walkway. Das ist das Bild, was da oben ist. Und man hat dann ein Premium Entry Lanes Relaxed in the Luxurious Lounge, schätze ich mal genau. Express Lounge, die es dort gibt. Ja, also ihr seht, da gibt es einige Events, die man machen kann und an denen man teilnehmen kann mit dieser Veranstaltung. Wichtig ist aber auch, dass man auf diese halt da bieten muss. Man kann da auch mit Avios bieten, die man von Iberia hat, von British Airways hat. Weil die kann man ja dann zu Qatar Airways rüberbringen. Man muss halt wirklich nur die Accounts miteinander verlinken. Wird vielleicht auch mit Finnair so gehen. Habe ich fast vergessen? Ja, es gibt auch Formel 1 Events. Jetzt natürlich, es gibt auch Formel 1 Events, der Formula 1 Rolex Australien Grand Prix. Und da ist der Current Bit bei 214.300 Meilen. Als ich gestern geschaut habe, jetzt gucken wir doch mal, was es hier gibt bei den Sports & Leisure. Dann will ich euch das auch mal geben, damit ihr das mal sieht. Ja, 2314 ist immer noch. Hier habt ihr das dann draufstehen. Interessant ist halt wirklich, dass es zwei Paddock Club Pässe gibt und Hotel Package vom 22. März in Melbourne. Dann, wenn man etwas weniger ausgeben will, dann geht man zum Miami Grand Prix. Ähnliches Paket. Ist auch am 22. März. Dann kommen einige Events noch zusätzlich. Am spannendsten wird es wohl sein, wenn man zum Beispiel nach Qatar geht in Doha. Da wird wohl von Qatar Airways am meisten geboten. Da kann man wahrscheinlich auch die ganzen Leute von Qatar Airways sehen. Jetzt können wir mal bei der Rolex Event mal gucken. Man müsste jetzt 1.000 mehr bieten, also 214.300 Avios. Und ich weiß nicht, ob man das machen will für 5-Sterne-Hotel, 4 Nächte, 2 Personen und dann nochmal den exklusiven Access von der Inner Sanctum of the Races. Also wenn man da auf die Garagen gehen kann. Ich persönlich habe das ja mal gemacht mit Starwood. Damals war schon cool. Dann eine Grid Tour und Paddock Club, wo man dann auch guckt. Und dann gibt es auch lecker Happa Happa. Für den einen oder anderen sicherlich interessant. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass man mit Flügen natürlich mehr Bang for the Buck bekommt. Wer aber auf solche Lifetime Events steht und das ist ja mit Status und so weiter natürlich immer wieder hübsch. Der kommt da bestimmt auf seine Kosten. Wir haben jetzt auch ein Thema Lounges. Das Lounges ist ja auch immer wieder ein Thema, wo die Leute schauen wollen, wie sie die Zeit am Flughafen überbrücken. Und One World hat jetzt eine Lounge in Seoul eröffnet und es kommt eine zweite. Und die zweite wird in Europa eröffnet werden, in Amsterdam. Und wenn man sich die Bilder davon anguckt in Seoul, dann muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das ist schon ein geiler Scheiß. Hier, ich gebe euch das mal das Bild. Das sieht schon relativ cool aus. Wenn man dann weiter geht in der Lounge in Seoul, wenn man die ganzen Areas sieht, dann hat man hier zum Beispiel nochmal so eine Sitzgelegenheit, die man sich angucken kann und auch gut hübsch sitzen kann. Dann haben wir bei dem weiteren Bereich zum Beispiel auch so eine Art Ausguck. Da kann man auf die Runway gucken. Ich gebe euch das auch aufs Auge. Finde ich persönlich sehr hübsch gestaltet. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber genau wie auch bei der Lounge in Seoul ist es natürlich wichtig, was es an Essen gibt. Und warte, da müssen wir mal gucken. Kriegen wir das? Ne, das kriegen wir. Ich muss mal ein anderes Bild nehmen. Ich habe das Bild nicht groß gezogen. Wenn man das falsch runterlädt, dann passiert das hier. Zack, da ist es. Da seht ihr den Befehlbereich, also auch relativ schön gehalten. Wichtig ist aber auch, dass man hier jetzt die zweite Lounge, die man in Europa aufmacht, auch von demselben Kollegen kommt, nämlich von dem Jochem Stratmann. Und der ist Artdirektor in Amsterdam in einem Kreativstudio. Jetzt hat sich das Bild verabschiedet. Warte, dann machen wir das doch einfach mal wieder weg. Zack, dann haben wir das hier auch. So einfach ist das. Da müssen wir es anders machen. Der natürlich, wenn er in Amsterdam vor Ort ist, sich um die Amsterdamer Geschicke der Lounge kümmert. Er hat das auch dem Magazin Exklusiv Traveller, ich glaube, australisches Executive Traveller in Australien gesagt. Und die Bar soll da auch ein Riesenfeature werden, was ich persönlich sehr gut finde. Es gibt aber einen Nachteil. Und ihr sagt natürlich, hey, das ist ja jetzt Sky-Team-Land. Ja, aber viele Flüge in Amsterdam gehen ja ab von Finna, von British Airways und so weiter und so fort. Aber es ist non-Shingen. England ist gut, weil da kommt ihr rein. Aber wenn ihr dann zum Beispiel mit Finna rein wollt, dann mit Iberia. Dafür ist es gut, dass British Airways aus der One World Alliance raus ist. Aber ja, das ist halt das Problem. Deshalb muss man da dann jetzt den Nachteil haben, dass man dort halt nur in Nonshengen die Lounge hat. Schade, schade, schade. Im Moment ist da ja eine Lounge, die wird mit One World, also die British Airways Lounge und es gibt eine Aspire Lounge und die sollen zusammengelegt werden. Interessanterweise wird ja auch die Soul Lounge von Aspire betrieben, wie viele andere Lounges in der Welt ja auch betrieben werden. In Helsinki zum Beispiel ist ja die Aspire Lounge in diese ehemalige SAS Lounge gezogen, die da irgendwo hinter Gate 12 oder sowas liegt. Und ich finde die gar nicht so schlecht, aber auch nicht so toll. Aber wir hatten ja damals schon die Ausgabe gehabt, wo wir uns über Lounges unterhalten haben. Und da ist ja zu dem Thema Lounges einiges gesagt worden, dass sie zumindest sehr viele Visionen bei Aspire haben und das Programm dort gut heißt. Und ich hoffe, dass British Airways da ein Lounge Experience macht, beziehungsweise One World eine Lounge Experience macht, die ihresgleichen sucht. Denn die Flagship Lounges sind schon relativ toll, auch von der Starline. Und ich bin da positiv eingestellt und ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Gerhard Gökkinger, das ist ja der Kollege, der dafür zuständig ist, der ist ja wahrscheinlich da auch selber interessiert, dass es eine coole Sache wird. Dann haben wir ein IHG Flash Sale. Und zwar bei dem IHG Flash Sale haben wir das Tolle, dass wir bei dem IHG Flash Sale sparen können. Und dann nochmal zusätzlich 10%. Wir können mal auf den Flash Sale draufgehen und dann einmal kurz besprechen. Hier seht ihr das in Korea. Und da gibt es einmal diesen Benefit mit Limited Time Offer. Heißt also bis zum 22. Februar müsst ihr buchen. Und man muss mindestens drei Tage im Voraus buchen. 19 Marken. Wenn wir uns jetzt mal kurz mal ein Hotel raussuchen in Seoul. Ich nehme mal ein Hotel einfach in dem Zeitraum. Nehmen wir jetzt hier 18. bis 19. Ist das überhaupt der Zeitraum? Da gucken wir doch mal genau drauf, damit wir euch das auch einmal sagen. Heißt also, dass die vom 19. geht und dann natürlich, dass man dort bis zum 22. Februar buchen muss. Und der Reisezeitraum ist hier gar nicht großartig benannt. Heißt also, es gibt da keine Limitierung. Jetzt können wir nochmal gucken. Da sehen wir das dann auch, wenn man dann drauf geht. Dann nehmen wir einfach mal dieses Hotel hier, 134 Euro. Bei dem IAG Hotel, beim Interconti Seoul, QX. Und da seht ihr das, wenn man den Member Discount reingeht, 134 Euro. Jetzt gucken wir mal, ob der... Jetzt ist wir einmal zu weit gegangen. Einmal zurück. Dann schauen wir einmal, ob wir da noch einen besseren Preis kriegen. Few more Rates. Da wollte ich einfach drauf. Member Sale und dann natürlich hier mit den Cancellations. Daran seht ihr das, dass man dort dann durchaus schon einen müde Markt sparen kann. Heißt also hier mit dem Member Sale 134 im Vergleich zu 166. Also schon eine Ersparnis, die man hat. Wer es machen möchte, ihr müsst über die Webseite gehen. Das wisst ihr ja. Und dann könnt ihr diesen Spaß bekommen. Wichtig ist auch, dass ihr natürlich zwei Sachen beachtet. Und zwar, dass ihr es wirklich bucht und die 10% mitnimmt. Dass ihr euch einfach anmeldet, wenn ihr nicht angemeldet seid bei IHG. Ich finde IHG Hotels ja medium. Aber in Seoul würde ich persönlich ja ins Grand Hyatt gehen. Ja, ich mag das Grand Hyatt sehr gerne auf dem Berg oben. Super, super Lager. Aber Korea immer wieder eine Reise wert. Wer von euch kein Marriott Status hat und zufällig bei MGM einen Status hat, kann jetzt den Status Match durchführen. Nachdem wir ja die ersten Neuigkeiten gehört haben, was da bei Marriott und MGM passiert, war es ja eher so eine lauwarme Geschichte. Und Hyatt ist da ja raus. Und der Deal ist jetzt so, dass man, wenn man einen Status bei MGM hat, und zwar eine MGM Rewards Gold Karte hat, dann bekommt man ein Marriott Bonvoy, tadaa, Silver Elite. Ja, wenn man einen Platin hat bei MGM Rewards, dann gibt es ein Gold Elite. Wenn man ein MGM Rewards Noir hat, dann bekommt man Ambassador Elite. Ja, dann bekommt ihr wirklich den Ambassador. Und das ist dann natürlich schon was Feines. Aber, was halt wichtig ist, ihr müsst halt wissen, wenn ihr den Match machen möchtet, wie ihr das macht. Ihr geht einmal auf die MGM Rewards Webseite, geht dann auf My Rewards Page, also auf diese Seite, geht dann weiter auf Link. Man möchte ja das Konto mit Marriott Bonvoy verlinken, was dann automatisiert passiert. Link in Account, poppt dann auf, das ist so ein Pop-Up. Wenn ihr einen Pop-Up Blocker habt, den müsst ihr deaktivieren, damit das funktioniert. Dann muss man sich einloggen, damit das passiert und dann wird das automatisch gemacht. Und was auch spannend ist, ist halt nur, dass es bis zum Ende des Jahres gilt. Bis zum 31. Dezember 2024. Und wer weiß, ob das verlängert wird. Auch interessant ist, warum gibt es nur einen Goldstatus? Und für den Noir? Den Noir, ich meine, beim Noir müsst ihr 200.000 Dollar oder sowas ausgeben. Also das ist schon eine harte Nummer. Aber für den einen, der die Noir-Karte hat, ja, ich weiß, ich hatte die Noir-Karte. Aber die sind alle deaktiviert worden. Sind nicht verlängert worden, weil die Hyatt-Geschichte ja ausgelaufen ist. Damit ist also leider dann nicht die Möglichkeit gegeben, dass man dann den Ambassador einfach von Hyatt mit übernimmt. Sondern wir müssen auch bei Null anfangen. Also insofern schade, schade, schade. Und ja, tut mir leid. Wäre ein geiler Weg gewesen. Was auch ein geiler Weg gewesen wäre oder ist, das ist das Thema Lufthansa Malz im Moormeilen. Zumal ich ja auch Fahrzeuge bei Sixt immer sehr gerne miete. Auch in den USA gibt es jetzt im Moment eine Aktion. 15-Mache Malz im Moormeilen pro Euro Umsatz für Sixt Mietwagen. Wichtig ist, dass er die Mietwagenanmietungen im folgenden Zeitraum macht. Und zwar der Buchungszeitraum ist der 16. Februar bis zum 29. Februar. Dann der Reisezeitraum, also wo ihr anmieten müsst, ist der 16.2. bis zum 31.5. Ausgeschlossen ist der 29.3. bis zum 7. April. Und tada, Osterferien. Ja, natürlich, da gibt es natürlich nicht diese Promotion. Und je nach Fahrzeugkategorie gibt es diese leider. Deshalb ist es eine bis zu 15-fache Meilen Promotion. Heißt also, ihr kriegt 5-fache Meilen pro Auto bei Mini-Kompakt-Intermediate-Fahrzeugen. Das wäre dann so VW Turan, A-Klasse, Golf oder sowas. Dann 10 Meilen bei Standard-Full-Size MPV 8.9. Premium-Fahrzeuge, das sind dann auch solche Sachen wie BMW X2. Und 15 gibt es bei den Specialty-Fahrzeugen. Heißt also bei X3M, X5, X7 und bei Audi A6. Solche Sachen, FDMR glaube ich, ist das FDMR? Ich glaube, das wäre FDMR. Da gibt es 15-fache Meilen. Und man muss natürlich sagen, dass da immer wieder bei der Werbung irgendwie auch drin steht, Elektroautos, nein, es geht gar nicht nur um Elektroautos. Man macht damit Werbung, aber man kriegt auch für alle anderen Autos diese Promotion. Ich denke mal, dass das für den einen oder anderen durchaus interessant ist. Wichtig ist, dass ihr da natürlich dann auch die Bedingungen erfüllt. Was gibt es noch? Gar nichts. Einfach nur auf die Aktionsseite gehen. Wollt ihr die Aktionsseite sehen? Ich kann sie euch auch einmal wieder zeigen, damit ihr das auch wieder gesehen habt. Und zwar hier ist die Aktionsseite, damit ihr seht, wovon ich rede. Da müssen wir einmal einverstanden sein. Und dann seht ihr das Februar Special. Und da seht ihr auch wieder ein Elektroauto. Und hier ist es Mietdauer, ist zwei Tage, 27 Tage maximal. Und weltweit, die über diese Webseite gebucht werden. Also hier nochmal alles im Überblick. Und es gibt noch immer natürlich den Six-Status-Match. Da muss ich darauf hinweisen. Wenn man bei Miles & More ist und so weiter, da gibt es wirklich Vorteile. Frequent Traveler kriegt den Gold-Six-Status und natürlich den Platin-Status, wenn man Senator ist. Als Honda gibt es gar nicht mehr, leider. Das ist schade eigentlich. Schade, schade. Schade. Ja. Und das letzte Thema, was wir für euch heute haben, ist das Thema, soll ich Merit Bonvoy Mine kaufen? Und jetzt gerade auch mit der 35%-Aktion, soll ich mir da den Stress machen oder nicht? Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, gemischt. Gemischt. Gucken wir uns das ganze Thema einmal an. Und da können wir dann auch direkt, ich muss gerade einmal was manuell ändern, weil ich hier einen Fehler eingebaut habe, den ich gesehen habe, damit der gleich bei euch nicht drin vorkommt. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr die Promotion macht, immer wisst, dass ihr einen Use Case habt. Ich sage das immer wieder, einen Use Case. Also ihr müsst da eine Nutzung für die Punkte haben. Wenn ihr euch die Promotion anguckt, ist es so, dass die Promotion gerade läuft, die geht bis zum 31. März und man bekommt dann, wenn man mindestens 2000 Punkte kauft, 35% Bonus. Und wichtig ist auch, dass diese Punkte, die man jetzt kauft, die sind nicht in diesem jährlichen Limit von 100.000 inkludiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Heißt also die Bonuspunkte, die Basispunkte schon. Damit hat man dann natürlich einen kleinen Vorteil, wenn man 100.000 kaufen darf und kriegt 35% mehr, hat man 35.000 mehr. Man kann die natürlich kaufen über die Promotion Page nur, das ist ganz wichtig. Und da solltet ihr halt wirklich aufpassen, denn diese Promotion sind mit der Maximalanzahl, sind 1250 Dollar, die ihr bezahlen müsst, für 135.000 Punkte. Und jetzt kommt es, ob man jetzt sagt, soll ich das kaufen oder nicht. Ich finde es so, dass man besser mit der Kreditkarte meinsamen kann. Also die Kreditkarte gibt einem wesentlich mehr Punkte und wir haben auch Aktionen schon gesehen von Bonvoy, wo es halt mehr Punkte gibt. Und deshalb würde ich, wenn ihr wirklich die Punkte jetzt nicht braucht, sie nicht kaufen, weil sie von eurem Kontingent dann abgehen. Und wenn es wieder einen Bonus gibt, dann macht es durchaus Sinn. Und ihr könnt ja unten auch schreiben bei der Frage des Tages, und ich habe ja auch nochmal weitere Fragen des Tages. Seid ihr an Married Bonvoy Punkten interessiert? Kauft ihr diese oder sagt ihr, nee, das ist für mich keine Commodity, die so wertvoll ist? Wenn ihr aber sagt, ich will eine Kreditkarte haben, könnt ihr hier schreiben, da, 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 da. Könnt ihr mir schreiben und wir gucken uns das Thema mal an. Ansonsten, die andere Frage des Tages ist natürlich auf die Sendung bezogen. Was sind eure Lieblingskundenbildungsprogramme und vor allem auch, welche Programme soll ich für euch noch mehr in den Fokus nehmen und von Promotions berichten? Und das könnt ihr alles unten kommentieren, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like da gelassen habt, aber auch ganz, ganz wichtig. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich bis morgen in alten Frische, morgen wieder mehr Sendung, heute schon zwei Sendungen, morgen wieder Sendung. Also, wir feuern hier aus allen Rohren. Also, bis morgen, bis, danke, ciao.